Der DAX-Check am Dienstag. Willkommen dazu. Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen. 5 Prozent haben wir gestern zugelegt. Der DAX im positiven Bereich aus dem Handel gegangen. Über 13.000 Zähler. Inzwischen seitlich waren wir fast schon mal 13,3. Es gibt gute Nachrichten. Es gibt einen Durchbruch bei dem Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer. Das war die Meldung, die eben hier den DAX gestern beflügelt hat. Heute ist so ein bisschen Ernüchterung eingetreten oder sind es einfach nur eine Gewinnmitnahme nach dem extremen Anstieg gestern? Weil schlussendlich sind viele Fragen weiterhin offen, was den Endstoff betrifft. Zeitlich gesehen, wann es den geben wird, in welchen Mengen er dann ausgeliefert werden kann, ab wann etc. Ja, also wir waren ja gestern oder vorgestern am Freitag mit 12.700, denke ich mal, gewesen. Das waren dann 600 oder 700 Punkte zwischenzeitlich. Von daher ist das völlig normal, dass wir da leicht zurücksetzen. Wichtig ist halt jetzt, dass wir uns erstmal über der 13.000 Punkte halten. Aber da geht es ums Technische. Ja, es sind zwei wichtige Unsicherheitsfaktoren beseitigt worden. Einmal eben mit dem Wahlsieg Bidens, das hast du vergessen in deiner Laudatio auf den DAX gestern. Das ging gestern auch ein bisschen unter den Mittag. Und natürlich mit dem Impfstoff ist die Chance da, dass wir wieder zur Normalität zurückkehren. Auch wenn, wie du das schon richtig gesagt hast, einige Fragen noch offen sind. Wann ist erfolgt die Zulassung? Wie schnell wird da durchgeimpft? Wie viele Menschen lassen sich impfen? Das ist ja alles, es soll ja keine Impfpflicht geben. Muss man mal. Also da ist noch nicht alles in trockenen Tüchern, sage ich mal. Schauen wir mal auf die charttechnischen wichtigen Marken. Gestern hast du noch gesagt, ja die 13.000, die könnten wir dann irgendwann mal in naher Zukunft anlaufen. Ging dann viel schneller als gedacht. Na ja, also mit dem konnte man natürlich jetzt nicht so urplötzlich rechnen. Negativ in Anführungszeichen ist einmal, wir haben unter dem Hoch von Oktober geschlossen. Haben natürlich wieder ein Gap aufgerissen bei 12.600 Punkten etwa. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir da gleich wieder hinlaufen, um ein bisschen auszukonsolidieren. Es sind natürlich schon einige Indikatoren wieder heiß gelaufen. Der Stochastik ist schon fast wieder im überkauften Bereich. Also von daher kann es kurzfristig zu Gewinnmitnahmen natürlich kommen. Wichtig wäre halt, wenn wir uns hier über der 13.000 halten würden. Das wäre schon mal die Basis eben für weiter steigende Kurse. Jetzt muss man mal abschauen, wie die nächsten Tage sich da entwickeln. Vor allem auch, was die anderen Tagesordnungspunkte angeht. Wir haben ja auch noch das Thema Brexit. Wir haben einen Handelsstreit immer noch, wo man hofft, dass es unter Biden einfach vernünftiger vonstatten geht. Nicht, dass es jetzt unbedingt da gleich eine Lösung gibt. Das wäre zu viel erwartet, denke ich mal. Aber dass die Rhetorik ein bisschen an Schärfe verliert von beiden Seiten, muss man da sagen. Das sind so die wichtigen Punkte, die jetzt auf uns zukommen. Wie gesagt, technisch muss man konstatieren, wir sind jetzt von 11.450 auf 13.3. 1.850 Zähler innerhalb von 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tagen ist ein bisschen viel für einen kurzen Zeitpunkt. Auch wenn die Nachricht natürlich schon viel Hoffnung verbreitet. Aber natürlich kann es da durchaus kurzfristig mal ein paar Gewinnmitnahmen geben. Deswegen hatten wir uns entschieden, nichts Neues zu machen, weil das ging dann einfach viel zu schnell. Da konnte man gar nicht so schnell reagieren, um da in den Markt dann reinzugehen. Das hätte man früh machen müssen, da hatten wir noch überlegt. Bei 12.7, dann ging es leider durch die Decke. Gucken wir mal, wie es jetzt heute wieder DAX in den Tag startet. Jetzt doch ein ganz kleines Plus. 0,1 Prozent geht es nach oben, 13.111. Das ist ein sehr positives Zeitpunkt. Ja, die vorbörslichen negativen Vorzeichen quasi, die sind jetzt schon wieder passé und ein kleines Plus sehen wir hier. Das war es für heute, danke Thomas. Bitte, bitte. Wir sprechen uns morgen wieder, hoffentlich sind Sie mit dabei. Bis dahin. Bis dahin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017